Das ist unser Bezirksbücher Meister von Spandau, von unserem schönen Spandau, Helmut Klewang. Guten Morgen allerseits, hallo, guten Morgen. Also die Ockermarkt so ein bisschen gewonnen hat. Das heißt, Sie erkunden dann größere Radios sozusagen. Ja, wir übernehmen dann, wo man ungefähr wandern will. Das hat der Bernd schon rausgesucht. Und jetzt gucken wir an, bei Google Earth, wo kann man da lang gehen. Und dann, was in der Stadt sehenswert ist, oder an dem Ort. Und wo man da lang, oder ob wir da ein Wäldchen haben und so weiter. Und nicht im Internet haben. Bei den Birken, mit der Nummer 107 noch links. Das heißt, man läuft dann hier rein und geht dann weiter. Und dann nach links. Ja. Ja. Ja.